Er liebt uns so sehr. Stellt euch das mal vor, ihm fällt es so schwer, mit seiner Liebe in unser Herz zu dringen. Denn der Teufel hat von Kind an begonnen, einen Staudamm in unserem Verstand, in unserem Herzen zu erschaffen. Er hat uns Gedanken aufgesetzt, dass wir schlecht sind und dass man uns nicht lieben kann. Aber liebe Freunde, ihr sollt wissen, wow, gerade eben ist so eine starke Salbung auf uns gekommen. Gott liebt uns. Die Wunder, die er in unserem Leben vollbringt, vollbringt er nicht, weil du gut oder schlecht bist. Merkt euch das, der Grund bist überhaupt nicht du. Der Grund ist Jesus. Der Grund ist er. Der Grund ist seine Liebe, sein Opfer und sein vergossenes Blut. Halleluja! Oh mein Gott, Halleluja! Gott möchte, dass wir all das, was der Teufel angestellt hat, all das, was er in unser Unterbewusstsein gelegt hat, all das, was er in uns gelegt hat als Fundament unserer Niederlagen, damit wir wie ein Magnet Probleme in unserem Leben anziehen, damit wir Krankheiten anziehen und das, wovor wir uns fürchten. Das alles will Gott bei diesem Samet mit seinen Wurzeln aus unserem Unterbewusstsein rausreißen. Amen! Wir müssen anstelle dessen die Wahrheit in uns tragen. Die Wahrheit ist, dass Gott dich liebt. Halleluja! Gott ist für dich! Gott ist für dich! Gott liebt dich! Gott liebt dich! Er liebt dich unglaublich sehr! Du bist wertvoll für ihn! Du bist kostbar für ihn! In der Bibel steht, dass der Prophet Jesaja sagte, selbst wenn eine Mutter ihren Säugling im Stich lässt, Gott sagt, würde eine Mutter ihr Säugling im Stich lassen. Ihr wisst, wie sehr eine Mutter um ihr Kind eifert. Sie würde ihr Leben für ihr Kind hergeben. Meine Mutter erzählte mir einst eine Geschichte von mir, als ich noch klein war. Sie und ich sind spazieren gegangen und dort gab es einen tollen Hügel mit Steinen und ohne Weg. Das war ein recht steiler Hügel. Wir sind entlang gegangen und sie ist auf einem Stein abgerutscht und um mich festzuhalten, ist sie selbst auf die Knie gefallen. Ihre ganzen Knie waren verwundet, nur um mich zu beschützen. Wisst ihr, eine Mutter ist immer für ihr Kind. Würde eine Mutter ihr Säugling im Stich lassen? Ich erinnere mich daran, wie ich von der Krim nach Hause gefahren bin und auf dem Weg einen Minibus gesehen habe, der in die andere Richtung gefahren ist. Und es war nachts. Ich wusste, dass auf ihrer Straßenseite Betonhindernisse standen, die nicht beleuchtet wurden. Und dieser Minibus ist mit so einer hohen Geschwindigkeit an mir vorbeigeraten, weshalb ich verstanden habe, dass ich unbedingt nochmal umdrehen muss. Ich hatte eine Vorahnung. Wir haben dann umgedreht und sind nochmal zurückgefahren. Als wir angekommen sind, hat der Minibus schon einen Totalschaden erlitten. und im Bus saß eine Frau, die ein kleines Kind dabei hatte. Ihr Gesicht war verletzt und voller Blut. Ich fragte sie, wie es ihr geht. Sie kümmerte sich aber nur um ihr Kind. Sie hatte es mit ihren Armen beschützt und ist mit ihrem Gesicht voll aufgeprallt, nur damit ihr Kind nicht verletzt wird. Stell dir das mal vor, Gottes Liebe für dich sieht genau so aus. Und er sagt, würde eine Mutter ihr Säugling im Stich lassen. Nein. Doch selbst wenn sie es im Stich lassen würde, dann sagt Gott, ich werde dich niemals im Stich lassen. Gott sagt, ich werde dich niemals im Stich lassen. Gott sagt, ich werde dich nicht im Stich lassen. Du kannst mir alle möglichen Gründe nennen, warum du heute hier bist. Aber du bist heute hier, weil Gott wollte, dass du etwas Bestimmtes hörst, damit du heute etwas erlebst. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die heute geheilt werden. Es gibt Menschen, die heute ein neues Leben bekommen werden. Lieber Freund, du bist heute hier, weil Gott das noch vor der Erschaffung der Welt geplant hat. Er kämpft um dein Leben. Seine Wahrheit befreit dich. Wenn du krank bist, sagt Gott, dass du gesund wirst. Wenn du im Privatleben zu kämpfen hast, alles in die Brüche gegangen ist und du denkst, dass man nichts mehr wieder gut machen kann, wird Gott alles zum Guten wenden. Du wirst den Segen und das Glück im Privatleben sehen. Du wirst das in deiner Familie sehen. Wenn Armut und Schulden dich verfolgt haben und du erschöpft bist, so zu leben, sag ich dir, mein Freund, du wirst den Wohlstand im Leben sehen. Denn in all dem wirst du Gott sehen. Du wirst sehen, dass er das gemacht hat. Du wirst sehen, dass das sein Werk ist. Du wirst sehen, dass er dich liebt. Du wirst sehen, dass Christus sein Blut vergossen hat, damit du glücklich bist. Damit du auf dieser Erde Gott kennenlernst. Damit du die Liebe des Vaters erkennst. Damit du heute seinen Namen preist. Amen. Gott wird das machen. Lasst uns ihn preisen. Halleluja. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Amen. Amen.